Hier sie. Jetzt. Tommy? Ich will, dass du dir hier etwas ansiehst. Die Maya nannten ihn Shibalba. Es war ihre Unterwild. Es ist ein Nebel, der einen sterbenden Stern umhüllt. Mein Buch, ich schreibe darüber. Ich dachte, das spielt in Spanien. Es beginnt da und endet da. Da gibt es so viele gesunde Lichtpunkte am Himmel. Wieso wählen sie einen, der dem Tod nahe ist? Wenn du endlich die eine gefunden hast, auf die du immer gewartet hast, wie weit würdest du gehen, um sie nie wieder zu verlieren? Sie hat einen Anfang. Ich habe Angst. Ein Mann begibt sich auf die Suche. Das Alternverhindern und den Tod ist unser Ziel. Niemand entwickelt neue Medikamente über Nacht. Eine Frau hat begonnen, eine Geschichte zu schreiben. Es wird Zeit, dass du es liest. Es ist nicht fertig. Fang es an, ja? Sag mir, was du denkst. Werdet ihr mir das Elixier der Unsterblichkeit bringen? Bei meiner Ehre und meinem Leben. Je mehr er sich mit dem Mysterium beschäftigt, von dem sie erzählt, desto näher kommt er dem Geheimnis, das sie retten kann. Ein besonderer Baum wächst dort. Versteckt. Die Geburtsstätte des Lebens. Es heißt, der, der trinkt von seinem Saft, wird ewig leben. Das ist es. Der Urwaldbaum. Aus Guatemala. Manny sucht die Ableger. Ist es das hier? Los. Ich brauche. Mein Conquistador, immer auf Entdeckung. Keine Angst. Wir sind fast da. Der Tod ist eine Krankheit. Doch es gibt Heilung. Und ich finde das Mittel dazu. Hugh Jackman. Du solltest bei Izzy sein. Bei ihretwegen bin ich hier. Rachel Weiss. Bring es zu Ende. Ich weiß nicht, wie es endet. Du weißt es. Du wirst es. Ich will, dass du bei mir bist. Ich werde immer bei dir sein. Ich verspreche es. Ich fürchte mich nicht mehr, Tom. Schiebauer. Du hast mich durch alle Zeiten mitgenommen. Gemeinsam leben wir für immer. The Fountain. Ein Darren Aronofsky Film. für immer. Euer Christian. Vielen Dank.